Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast zu dieser News-Ausgabe. Nate Diaz schießt gegen Conor McGregor und will gegen Dustin Poiré kämpfen. Wie bitte? Aber mehr dazu gibt es in dieser aktuellen Episode. Viel Spaß dabei. Lasst aber gerne vorab einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, ihr habt es im Intro bereits gehört. Nate Diaz, this Conor McGregor, will jetzt gegen Dustin Poiré kämpfen und natürlich muss ich da eingangs bereits erwähnen, dieses Dustin Poiré-Ding, das hat natürlich eine kleine Vorgeschichte. Wir müssen uns erinnern, Nate Diaz hat eine lange Zeit eine Pause gemacht. Nach diesem zweiten McGregor-Fight war Nate Diaz eine ganz lange Zeit weg und dann wurde ein Fight gegen Dustin Poiré angekündigt. Nate Diaz selbst sagte damals auf der Pressekonferenz, Hey Leute, warum fragt ihr mich, warum ich nicht gekämpft habe? Warum wurde euch nicht gesagt, dass ich nicht kämpfen darf? Also da gab es scheinbar auch rechtliche Probleme. Bei Diaz, das Ganze war jetzt schon 2018, also wir hätten 2018 im Madison Square Garden Diaz gegen Poiré sehen sollen, aber Dustin Poiré ist verletzt ausgefallen. Dustin Poiré zeigte später dann auch ein Video aus dem Krankenhaus, das heißt, Poiré hatte da eine ernsthafte Verletzung, war ernsthaft erkrankt und konnte deshalb nicht kämpfen. Nate Diaz tweetete daraufhin, hat aber diesen Tweet wieder gelöscht. Im bester McGregor-Panier hat er dort gesagt an Conor McGregor, Hey, pass mal auf, du hättest davon bereits lernen sollen. Es war ein kurzer Clip, in dem McGregor über den Fight gegen Diaz geredet hat und dort hieß es eben, Hey, pass mal auf, du hättest daraus lernen sollen. Später postete Nate Diaz nochmal das Video von Dustin Poiré, was Dustin Poiré aus dem Krankenhaus geschickt hatte. Damals ging es um diese Hüft-Operation von Poiré und Nate Diaz schrieb daraufhin, mach dich nicht verrückt, ich zeig dir, wie es gemacht wird. Das heißt, Nate Diaz will jetzt also den Kampf gegen Dustin Poiré, der damals ausgefallen ist. Ja, wie wahrscheinlich ist dieser Kampf? Ich würde ihn bei ungefähr 0 bis 1% einschätzen. Also klar will Nate Diaz jetzt einen großen Money Fight, aber Dustin Poiré wird jetzt erstmal um den Gürtel kämpfen. Nate Diaz, mal schauen, ob er überhaupt einen gerankten Gegner bekommt. Ich denke schon. Ich denke, das muss er eigentlich, weil Nate ist ein großer Name und Nate steht auch nicht auf einer Fight Night, sondern Nate steht in den Pay-Per-Views, auf der Main Card. Nichtsdestotrotz ist er nicht gerankt, er hat gegen seinen letzten Gegner verloren, also er hat gegen den Nummer 3 gerankten Gegner Leon Edwards verloren. Er wird nicht, wenn er jetzt gegen Leon Edwards verloren hat, gegen die Nummer 1 im Lightweight kämpfen, ne? Sondern vielleicht gegen ein Neil Magny oder so eine Geschichte. Vielleicht ein Rematch gegen Marz Vidal, wo er Marz Vidal wahrscheinlich gegen Edwards kämpfen soll. Also es ist ganz kompliziert im UFC Welterweight. Nichtsdestotrotz wird Nate Diaz auf keinen Fall gegen Dustin Poiré kämpfen. Ich persönlich würde den Kampf auch nur ungerne sehen wollen, aber was ist mit euch? Meint ihr, Nate Diaz provoziert hier, damit er an seinen Traumfight kommt oder denkt ihr, nee, das wird doch sowieso nichts? Schreiben wir eure Meinung unten rein. Folgt Wheel of MMA bei Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.